Was geht ab Leute, euer Frapsys hier und zwar heute mit einem neuen Video. Ich zeige euch auf jeden Fall die nächste Challenge und ihr müsst dazu drei Orte besuchen. Fangen wir als allererstes mal mit diesem Ort an. Ihr landet hier einmal und dann habt ihr das Ganze auf jeden Fall schon absolviert. Und zwar ist es hier Rapids Rastplatz bzw. Ruheort. So Leute, als nächstes begibt ihr euch zu dieser Location. Ist eigentlich direkt über Lazy Lake und zwar genau hier an die Ecke. Um genau zu sein an den Wasserfall, denn wir besuchen jetzt die wunderschöne Schlucht. Natürlich müsst ihr bedenken Freunde, dass das Ganze eventuell nicht eine 1 zu 1 Übersetzung ist. Kann sein, dass es vielleicht bei euch ein bisschen anders heißt. Aber ihr müsst einmal hier runter, überlebt das Ganze dann am besten auch noch. Und dann kommt ihr hierher. Hier ist nämlich ein Grabstein und zwar von George und dann habt ihr das Ganze auch abgeschlossen. Und jetzt gehen wir zum letzten Ort. So Leute, dann kommen wir zu der letzten Location. Und zwar wäre das hier oben bei The Shark. Ihr müsst nämlich hier einmal auf dem Maul von dem Shark landen. Ist, denke ich mal, ganz entspannt. Ist auch nichts schweres dabei. Und sobald ihr dann da gelandet seid, habt ihr dann alle drei Orte besucht. Und habt diese Challenge dann somit absolviert. Aber ich bleibe hier noch am Start, bis wir da gelandet sind. Währenddessen könnt ihr natürlich gerne mal einen Daumen da lassen. Vergesst auf jeden Fall auch nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, Freunde, dass es eigentlich mit dem Video gewesen sein sollte. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Fraps. Und ciao. Und dann geht's go. mit der